Seid gegrüßt, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDF-A. Ihr seht im Hintergrund, ich habe mal wieder einen ziemlich krassen Mercedes mir rausgelassen. Der kam vor kurzem auf GTA Mods Online und ich dachte mir, hey, ist zwar ein viel tiefer Skin und den gibt es so auch nicht, auch ganz klar wegen dem Licht oben drauf, aber hey, sieht cool aus, das Ding. Ein SL65 AMG, ziemlich krasse Karre, geht auch auf jeden Fall ordentlich ab. Wir werden hoffentlich heute viele Verfolgungsjagden haben und ein bisschen Spaß haben mit der Karre. Können wir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet, dass ich auch mal fiktive Fahrzeuge nehme, weil ich finde, der sieht schon echt schick aus und das Auto kann was. Machen wir kurz hier die Sirene wieder aus und werden heute mal hier ein bisschen in Sandy Shores durch die Gegend cruisen. Und cruisen ist mit der Karre auch gut gesagt, weil der hat auf jeden Fall Speed. Könnte fast so ein bisschen schneller fahren, vielleicht tunen wir den noch ein bisschen. Und dann ein kurzes Intro, wie immer kennt ihr ja, mein abgefahrenes Intro zum Anfang jeder Folge. Und dann fahren wir mit der Karre mal ein bisschen hier durch die Gegend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Intro und bis gleich. Ich habe der Karre jetzt mal so ziemlich alles gegeben, was möglich ist. Tiefer gelegt, Suspension, Brakes, Engine, alles reingehauen. Das heißt, wir drehen mal kurz um. Ja, ja, umdrehen ist schon mal gut. Ich bin nur am durchdrehen hier. Dann schauen wir, wie er jetzt abgeht. Ja, fährt auf jeden Fall um einiges schneller als vorhin. Finde ich soweit auch ganz gut. Ach, guck mal. Auch sehr geil. Wir haben gleich mal einen Hot Pursuit, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Machen wir mal die Sirene an. Holy shit. Wir verfolgen den fucking Monster Truck. Okay, das wird sehr spannend. Oh shit. Und das auch noch Offroad. Das ist ja mal sehr nice. Fängt ja schon mal richtig gut an. Wie soll ich den Typen anhalten? Jetzt bräuchte ich die Roadblocks. Halt, oh shit. Hallo, bleiben stehen da vorne. Jesus Christ, wie soll ich den denn anhalten? Ich fahre mal ein bisschen in Reifen hin rein. Oh shit. Okay, alles klar. Das funktioniert so nicht. Wir nehmen mal zwei Local Patrols dazu. Ich hoffe, es kommen keine Motorräder. Okay, da habe ich schon mal einen. Okay, der fährt einfach eiskalt in unsere Autos drüber. Oh, Jungs. Wow, 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 gibt Gas. Nice, natürlich. Guck mal. Danke für ein Backup. Der erste ist schon mal draußen aus dem Rennen. Ich weiß auch nicht, warum wir so lange... Wow, Entschuldigung. Shift Q war das, glaube ich. Und wir machen mal hier full out aggressive. Das sind mal ein bisschen reinrasen. Jopp. Aber drängt in Ordnung. Ich habe das schon mal sehr gut. Aber das ist dem natürlich scheißegal. Ich glaube, kann man dem auf die Reifen schießen? Warum ist es eigentlich so neblich schon wieder hier? Was ist das für ein Wetter hier? Voll Sunstorm hier. Oh Gott. Oh, 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 oh. Die Kops. Nein. Ah, damit nicht wirklich, oder? Das Gemeine ist halt wirklich, dass ich die Vehicles-Meter-Datei von dem BMW da vorne nicht angepasst habe. Der flippt immer. Man sieht es. Er fährt auf jeden Fall... Oh, guck mal hier. Ein Biker-Gerchen gleich mal. Oh, steht hoffentlich. Ich mache nicht keinen Stress. Jungs, alles gut. Wir machen hier eine ganz normale Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd. Entspannt euch. Alles gut. Alles fizy. Dankeschön. Alter, Glück gehabt, ey. Ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, mit einer Schießerei jetzt noch zu... Was mache ich denn jetzt mit dem Ding da vorne? Er guckt da wieder rumflippt da vorne. Oh, nice. Krass. Guck mal. Wie heftig. Ah, den kriegen wir nicht, ne? Nochmal zwei neue Einheiten dazu holen. Genau. So macht man es heutzutage. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Bleibt da stehen. Das macht er. Er rollt noch. Die Frage ist nur, was machen wir die Cops? Gute Taktik hier soweit. Oh, ja, genau. Wir haben die erstmal gegenseitig weg. Okay. Okay. Alles klar. Ciao, Kopf. Der ist dazu erst nur nach links und verabschiedet. Schon wieder einer aus dem Rennen. Hey, das geht viel zu schnell. Ich mache mal meine Sirene aus. Holy shit. Aber wie krass die überhin wir reinfahren. Ich kann jetzt auch mal reinkommen hier. Ein bisschen RAM schadet nicht. Ich glaube, der ist jetzt stehen geblieben, oder? Safe auszusteigen. Raus aus der Karre, mein Freund. Schön langsam aussteigen. Oh, da ist noch ein Kumpel mit dabei. Hallo, sieh, da kommen Sie raus im Auto. Die Reifen zerschießen, geht nicht. Raus aus der Karre jetzt. Der geht nicht raus. Okay, Leute, das ruft dann SWAT. News Air Support und SWAT. Ich sehe es mir wieder, mein Auto ist mir zu gefährlich hier. Da lassen wir mal das SWAT-Team ran. Okay, SWAT. Kommt das SWAT gerade angefahren? Da rennt schon mal einer weg. War das der Beifahrer? Nee. Wow, okay. Shots Fire. Das ist das SWAT. Das müsste der Helikopter sein, oder? Wo ist denn der? Okay, da hinten kommen sie angefahren. Ihr seht es in dem Nichtsichtbar ein Fahrzeug. Das müsste aber gleich ankommen. Ja, okay. Alles das SWAT ist vor Ort. Ich bin gespannt, was die Jungs machen. Ich gehe mal in Deckung hier hinter meinem Auto. Der Helikopter steht da oben. Die machen gar nichts. Steigen die da nicht mal aus, oder was? Auf jeden Fall cool, dass sie da auf den drauf schießen. Ich zähle ihn jetzt mal aus dem Auto raus. Das Wortschneid überhaupt nichts zu machen. Den Polizisten geht es auch nicht gut. Kommst du jetzt mal raus aus der Karre. Raus, hier habe ich gesagt. Raus. Raus aus der Karre. Warum kriegt ihr den da nicht raus, Leute? Oh, jetzt stehe ich im Auto ohne schlecht. Hallo? What the fuck? So, bitte jetzt raus aus der Karre. Das gibt es noch nicht. Ich kriege den da nicht raus, Leute. Was soll ich denn da machen? So, ein bisschen Bewegung hier reinbringen in die Bude. Oh Gott, ich stecke fest. Oh, ich stecke fest. Okay, kommt raus, kommt raus, kommt raus, kommt raus. Cool. Alles klar, Leute, wir haben ihn. Der steht im anderen Auto drin. What the fuck? Okay, Swot ist jetzt auch da. Das sieht gut aus. Okay, hey, die Stopp, 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 hier, die Stopp. Jesus Christ, ey. Okay, Swot ist da. So, Jungs, das habt ihr gut gemacht. Muss ich mal nicht lassen, habt ihr gut gemacht. Nehmen wir die jetzt fest gerade? Ja, sehr gut. Ich fahre mal das Auto hier weg. Der Sheriff, der eine steht ja noch im Auto rum. Okay, wie kriegen wir das denn hier wieder geregelt, sagt man? Ich würde fast sagen, wir müssen das Auto abschleppen lassen. Also, ich hoffe mal, dass der Toad Truck das Fahrzeug darunter wegbekommt. Oh, cool, das sind wir geschossen. Sehr gut. Okay, oh shit. Oh shit, Leute. Weg hier, weg hier, weg hier. Wir haben halt wieder eine krasse Massenkarambolage. Das mögen halt die NPC-Cops gar nicht. Jungs, könnt ihr mal von meinem Auto weggehen? Hier, ich würde das nur gerne auf die Seite fahren. So ein bisschen aufräumen hier. Okay, alles klar. Ich glaube... Oh shit, ey. Okay, das wird... Das wird nichts mehr, Leute. Das kriege ich so nicht hin. Okay, ich würde fast sagen, wir verabschieden uns von dieser Szene. Fahren aber ein bisschen weiter. Das kriege ich einfach nicht mehr aufgelöst, ey. Ich kann hier so viele Toad Trucks rufen, wie ich will. Bei dem ganzen Chaos hier sehe ich gar keine Chance. Na gut, was kommt als nächstes? Mal schauen. Ich bin mal auf den Highway gefahren. Mal schauen, ob wir hier irgendwas Interessantes an Callouts bekommen. Obwohl ich hier links runterfahren sollen. Ne, ich fahre mal gar nicht weiter. Okay. Eine gesuchte Person zu Fuß unterwegs. Wir müssen hier vorne umdrehen. Okay, wir haben ganz viele Informationen. Mail, Jess Johnson. Suspect is wanted for Burglary or for Dwelling. Was ist denn ein Dwelling? Unser heutiges Hashtag für die Folge ist... Hä? Das ist Dwelling. Wie gesagt, wenn ihr einen Hashtag im Kommentar postet und auf diesen Kommentar 400 Likes bekommt, kriegt ihr ein Feature in einer meiner weiteren NSP-DV-Folgen. Damit wir noch bald beginnen. Keine Angst. Komm noch. Und was ist Dwelling? Vielleicht kann es mir jemand in die Kommentare schreiben. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Die Karre fährt 160 kmh. Hab mir ein bisschen mehr... Erhofft so, dass der schneller fährt. Aber gut. Wir fahren hier mal runter. Okay, er ist schon schnell. Wow. Ops. Ah, nein, 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 nein. Oh, Achtung, Motorrad. Achtung, 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 Achtung. So, sie sind auf jeden Fall... Oh, okay. Wir sind hier wieder bei uns am... Ne, doch nicht. Das war nicht... War das der Unfall von vorhin? Scheint so als... Ja, okay. Okay. Hier ist noch ein bisschen Verkehrschaos. Ich glaube, ich bin jetzt gerade dieselbe Strecke aber wieder zurückgefahren. Die gesuchte Person scheint sich hier auf dem Gelände der Industrie zu befinden. Hier war ich auch schon noch nicht mehr. Oh, die Schrauben sind weg. Nice. So, Vorsicht bitte. Voll zu einem Einsatz. Sirene machen wir aus. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sicher, ob die Person eine Wache hat. Ich sehe die Person gerade aber auch noch nicht hier. Wow. Alles klar. Okay, ich sehe die Person. Schön verstecken hinterm Auto. Wo ist er? Da hinten. Okay, habe ich mal getroffen. Ich brauche Unterstützung. Wow, Headshot. 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 Alles klar. Ich würde sagen, wir rufen ganz schnell. Ah, ich habe keinen... Warte mal, habe ich hier einen Krankenwagen? Ich glaube, da hinten kommt auch die Polizei zu unterstützen und allein ein bisschen spät. Gut Job, Gut Job, Sheriff, Gut Job. Oh nein, wie sieht immer eine Karre aus, ey. Shit, was da denn passiert? Ich glaube, der Monster Truck hat hier ordentlich Schaden angerichtet. Nicht so schön. Und guck mal, hier habe ich auch schon zwei Schüsse an der Tür. So, Kangenwagen. Macht genau dieselbe Scheiße wie der andere. Nicht euer Ernst, ey. Ich habe da drüben... Ich weiß auch nicht, ob die jetzt überhaupt aussteigen. Schaut nicht so aus. Ich stand hier, als ich den EMS-Bike abgerufen habe und die rasen da hinten in den Zaun rein. Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die überhaupt irgendwas machen. Deswegen rufen wir einen Corona. Der ist schon leider verblutet hier. Ah doch, da hinten kommen sie. Guck mal. Jetzt hoffe ich nur... Nein, jetzt... Oh Gott, seht ihr das? Jetzt hat er den Medica gefahren. Okay, aber wir kommen hier rüber. Jetzt hoffe ich nur, dass die Medics schneller sind als der Corona. Weil sonst, wenn die dabei sind, den Video zu beleben, kommt der Corona und packt den einfach in den Sack. Oh, da ist der Corona. Oh Gott, oh Gott. Leute, das wird wieder sehr kritisch. Oh, oh, pass auf. Pass auf. Ich sehe es jetzt schon. Der wird den einpacken, während den verarztet. Genau. Ja, ja, komm schon. Beeil dich mal ein bisschen. Beeil dich. Bitte nicht in den Sack packen. Bitte nicht in den Sack packen. Nein, 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 nein. Oh. Bleib ruhig. Ich kann dich schützen. Komm schon, das schafft ihr. Es gibt es nicht gegeneinander kämpfen. Komm schon, überleben, überleben. Ah, dammit. Oh Gott, oh, guck mal, ist nicht gleich in den Sack gekommen, ey. Ach, Jesus Christ, ey. Ja gut, okay. Da ist er weg. Ach, Mannu. Ja gut, aber es war ja irgendwie dann doch noch irgendwie... Ja, es hat schon noch gepasst. Der hat gerade nämlich gesagt, dass die Person leider verstorben ist und wirklich nicht mal eine Sekunde später, also ich bin fast im selben Moment, hat der Typen gleich weggepackt. Okay, so soll es dann eben sein. Was willst du denn machen? Vorne kursen die Kollegen noch ein bisschen durch die Gegend. Gott, das ist hier neblig geworden auf einmal, ne? So, wir fahren hier mal wieder raus. Guck mal, die Jungs hier vorne, ey. Nehmen wir erstmal einen coolen Jump mit. Sagen, wir fahren mal nach rechts. Gott, sind hier viele Cops unterwegs. Und dieser Nebel, ey, Wahnsinn. Okay, Narcotics in Transit, der ist direkt vor mir gespawnt hier. Ey, ey, sie da, bevorstehen bleiben. Äh. Okay, das Kript hat die Person einfach direkt vor mir gespawnt. War soweit erstmal in Ordnung. Haben Sida in dem Auto? Mal bitte kurz aussteigen. Nein, nein, ich gehe nicht da drüben. Hallo Sida, können Sie bitte aussteigen? Ähm. Haben wir raus. Keine Waffe, bitte. Oh, 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 sie fährt. Ah, ist klar, Leute. Wow, ich wurde getasert von der Eiten. Jungs, holt sie euch, holt sie euch, holt sie euch. Jesus Christ, ey. Ah, jetzt wurde ich getasert, ey. I don't like that. Auf geht's. Weit sind sie nicht gekommen. Oh, gleich Schatz feiert, Schatz feiert, Leute. Die hat einen Taser, denkt dran. Äh. Was zur Hölle macht die Frau, ne? Oh, ich werde überfahren. Spreng. Oh, wie knapp war das denn? Gerade noch gerettet über, über das Waffenmenü. Die Tante da vorne bleiben, so ein bisschen. Nein, ich rede da nicht hinterher, Mann. Nicht mal hier so ein schönes Auto. Nee, ich bin hier so ein schönes Auto. Dafür, damit muss auch gefahren werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die NPCs drehen wieder völlig am Rad. Stehen bleiben, die Dame. Runter mit der Waffenmenü. Deine haben, wo sind sie? Runter auf den Boden, bitte. Runter auf den Boden. Hände hoch. Oh shit. Er hat den Kopf geschossen. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Runter auf den Boden, runter. Geh schnell runter auf den Boden, sonst erschießt er nicht, Mann Tante. Bewegt. Nein. Ach Gott, ey. Ach Gott, ey. Runter jetzt mit dir auf den Boden, runter auf den Boden. Ich stelle mich noch zwischen dich und den Polizisten. Ach Gott, auf, sich abzugsbleiben. Ja, ich kann doch... No, Jungs, Alter. Mann. Wie, die ist immer noch im Leben. Kannst du mal... Alter, Buddy, ey. Stop it, please. Hör auf damit. Hör einfach auf, ob sie jetzt so schießen, ey. Geh weg und lass mich in Ruhe, ey. Okay, jetzt aber. Runter auf den Boden mit dir, runter auf den Boden. Ganz langsam, bitte. Oh, nein. Hör doch auf, sie abzuknallen, du voll Arsch, ey. So, jetzt runter auf den Boden mit dir. Jetzt bitte nicht schießen, nicht schießen, nicht auf die Tussi schießen. Ich will die einfach nur festnehmen. Sehr gut und... Oh, Jesus, ich hab's geschafft. Ich musste jetzt mit meinen Kollegen tasern, weil der völlig abgegangen ist, bevor ich die Tante festnehmen konnte. Naja. Ja, auch eine Möglichkeit, mit so einem Einsatz umzugehen. Was ist denn da gerade drunter gefallen? Hat die gerade ernsthaft neben mir ein Drogenpaket fallen lassen, sag mal, Schätzchen? Ist das dein Ernst? Ähm. Did you see any drug dealing evidence? Äh, ja, hier, direkt vor mir liegt ein Päckchen Kokain oder so. Okay, alles klar. Was steht hier? Ähm, when you're done, hold down zero. Okay, wir gucken mal. Ein, ein Paket hab ich ja eingesammelt. Ich hoffe mal, dass wir jetzt, wenn wir vor Gericht sind, das auch als Beweismittel angeben können. One piece of evidence hab ich, wunderbar. Kyla Luzon wurde, ähm, ja, schuldig gesprochen wegen dangerous driving, resisting arrest, very high scale of drug dealing. Ah, das ist nicht schlecht, ey. Und found guilt of tasing a police officer. Ha, Kyla. Was hast du davon? Hast du mich getazert? Das ist wirklich cool. 22 Jahre Knast. Holy shit, Alter. You collected all the evidence available. Endlich, Mann. Ich hasse nämlich diese Drug Grunner-Callouts, weil ich meistens immer irgendwie verpasse, die ganzen Sachen mitzunehmen. So, jetzt wird die Tante natürlich auch noch abgeholt. Das ist Dispatch. Wir sind Kote. Und wir fahren mal weiter mit unserer schicken Karre. War auch wieder ein guter Einsatz. Drug Grunner sind jetzt absolut nicht meine Favoriten. Ja, die Cops, hier kümmern sich schon ums Auto. Aber gut. Wir haben zumindest alles an Drogen gefunden. Ich meine, die hat uns auch direkt vor die Füße geschmissen. Ich fahrt mich wirklich, wo sie die versteckt hatte. Aber hat gerade schon mal funktioniert. Optisch gefällt mir das gerade in der Dämmung ja super. Ich mag meine Lichter, wie ich die eingestellt habe. Ich mag die Helligkeit. Gab ja öfters das Thema, dass meine Lichter zu dunkel sind. Ich bin jetzt aber sehr zufrieden damit mit den Einstellungen. Ich hoffe, das bei euch auch so. Okay, was passiert hier gerade? Soll ich hier irgendwie, wow, warum schießt denn hier der Security-Typ? Wir hängen uns nochmal mit dran. Ich glaube, wir haben so einen fucking Reber fahren. Oh, 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 haben die Wachen? Oh nein, hinter mir. Okay, okay, ich bin hier weg. I'm Adi hier, Alter. Sorry, darum kümmert ihr euch. Das ist mir zu viel, Mann. Immer gleich schießen, die Leute. Immer gleich schießen. Unglaublich. So, wir fahren mal ein bisschen hier rüber. Richtung Sandy Shaw, Scrapeseed, wo sind wir hier gerade? Blank County auf jeden Fall. Callout Message. Was steht hier? Missing Reported Prowler. Okay, was steht hier? Callout Message Missing. Okay, die Callout Message gibt es anscheinend nicht, aber ein Prowler wurde, glaube ich, gestohlen. Ich glaube, Prowler ist ein Fahrzeug. Ich habe auch eine schwarze Linie unten links auf der Karte. Was ist das denn für ein Callout? Ich glaube, ein Prowler ist eine Maschine, oder? Gucken wir, was da oben vorbeifällt gleich. Ein Prowler müsste eigentlich eine Baumaschine sein. Oder kommt ihr überhaupt was angefallen? Bewegt der sich da oben? Was ist das auch für eine Straße hier? Das ist doch keine Straße. Das ist ein Feld. Ein Prowler ist das. Nein, nicht Crash'n Game. Oh, Restart. Manchmal passieren leider diese Dinge. Kann man sich nicht aussuchen. Die Crash' ist... Ja, ich habe so viele Callouts hier geladen, diese Installation, dass halt manchmal einfach passiert. Was zur Hölle ist da denn jetzt schon wieder los, ey? Haben wir da einen Raze? Sieht so aus, Leute. Hot Pursuit. Alter, wie es hier blinkt, wenn es dunkel ist. Da vorne sind zwei Fahrzeuge unterwegs, die auf jeden Fall Stress suchen. Wow, ich sehe fast gar nichts mehr vor lauter Geblinke. Sind die gerade hier reingefallen, sag mal. Was zur Hölle ist hier denn los? Okay. What the fuck ist hier denn los, ey? Mal runter auf den Boden hier. Oh Gott. Ich sehe die gar nicht. Okay, okay, okay. Wir holen mal Unterstützung. Das war mal State Patrol. Ich hoffe, der kümmert sich ein um den. Okay, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Wollt ihr mal da raus, bitte? Das ist sogar eine Frau. Stellenbleiben. Sehr gut. So, und ich komme mich mal um das verunfallte Fahrzeug da hinten. Fährt die weiter? Oder wo ist die? Ne, die laufen hier noch, ne? Das ist auch eine Frau, so wie es aussieht, die gerade hingefallen ist. Halt. Bleiben Sie unbedingt, bleiben Sie mal bitte stehen hier. Ich würde gerne mit denen reden, sonst muss ich ihnen in die Hacken fahren. Ich habe sie gewarnt. So, die Dame, ruhig bleiben, ruhig bleiben, runter auf den Boden. Ganz ruhig. Sagen wir, haben sich die beiden Mädels hier gerade so ein krasses Race gegeben, dass sie hier erst mal von der Straße runtergefahren sind. Auch nicht schlecht, ey. So, sie sind vorderlich festgenommen, wegen Missachtung der Polizei und sonstigen Vergehen im Straßenverkehr. Sonst zu viel vergehen sage ich auch nur, weil ich keine Ahnung, was ich sonst sagen soll. Seht euch mal das Fahrzeug rein hier. Aber war schon ganz geil. Seht ihr, hat auch Atomikreifen drauf, coole Felgen, also die Karre hier auch. Schaut euch mal die auspropos heran. Die Karre hat auf jeden Fall ganz schön Power. Lassen wir den mal abschleppen. So. Ich hoffe, dass die Person hier gleich auch abgeholt wird von den Kollegen. Todtag ist da. Wow. Da war eine Kante. Das funktioniert schon mal sehr gut. Gucken wir mal, ob ich das zweite Fahrzeug auch abschleppen lassen kann. Scheint ihr vorne gleich wieder mal einen riesen Stau zu verursachen, das Ganze. Ihr könnt eure Sirene übrigens ausmachen, Jungs. Alles cool, Mann. Habe ich im Griff. Ja, genau. Überfahren mich doch. Super Idee, Mann. Danke dafür. Echt nice, diese Cops manchmal hier. Ja, mit dieser Abschleppaktion und leider einem Crash in der Aufnahme würde ich sagen, verabschiede ich mich von heute. Es war auch ein bisschen dunkel. Ich werde jetzt Feierabend machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Ansonsten schreibt mir immer fleißig in die Kommentare. Wie ich denn meine Folgen gestalten soll. Bei Nacht sieht das schon auch echt nice aus. Oh, mein Auto ist schon so schrott, ey. Aber gut, schaut doch mal in die Endcard. Da habe ich zwei coole Videos verlinkt, die ich am Wochenende hochgeladen habe. Und meine Bitte, schaut doch mal auf Facebook und Twitter vorbei. Da heiße ich Reifinger.ep. Ansonsten Livestreams auf Twitch, wie ich immer wieder sage. Da heiße ich Reifinger.tv. Macht euch doch einen Account und schaut mal vorbei. Wird mich freuen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ich bin draußen. Euer Ralf Bis zum nächsten Mal.